Das war erst das erste Level. Oh Gott. Ich hab gar keinen Bock da. Oh nein, wir haben einen Knopf. Was ist das denn? Den will ich drücken. Was macht das hier? Ich will auch drücken. Der ist rot, ich will den drücken. Oh mein Gott. Oh nein, wir gehen runter. Oh nein. Oh, der muss auf den Knopf drücken. Oh, warte, ich bleibe drüben. Jetzt geht's da runter. Und da müssen wir weg, wenn der... Schnell, 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 schnell. Nee, nein. Moin. Schade. Oh nein. Ach so. Manche Leute bleiben rechts und manche wiederum links. Ich bleibe in der Mitte. Willkommen in der Politik. Nein, ich müsst ihr da rüber. Jetzt rüber, 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 rüber. Das war zu knapp. Rainbow Roger willkommen im 21. Jahrhundert. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Seien Sie gegrüßt. Eine wunderschöne Samstagabend gewünscht. Danke. Jetzt rüber, 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 rüber. Toll. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir's. Okay, rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Rüber. Ja, ich kam nicht mehr hoch. Let's go, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Hey, hör doch auf. Jawohl, wir haben doch. Rein da. Schön. Easy. Easy. So, Mann. Hä, war's toll. Das war level two. Ja, das war level two. Das war besser. Das war Lufa, glaube ich. Einfach. Beim level eins gewesen. Wollt ihr jetzt hier durchgesen? Wir sind doch so fertig. Jetzt haben wir wieder erschossen. Nein, wir werden wohl nicht erschossen. Was ist das denn? Ähm. Oh mein Gott. Wir müssen nach vorne. Oh ja. Oh, der Boden sollte vielleicht nicht weg. Das ist nicht so schlimm. Kein Problem. Ich halte hier einfach hoch. Aber wir müssen mindestens ein Ball behalten. Ja, ja, aber nach vorne. So, scheiße. Oh Gott. Ja, die sind weg. Ich glaube, die kannst du vergessen. Ey, habst du doch gerettet. Oha, geil. Nein. Jawohl, schön. Ey, Lila, bist du überhaupt da? Ne. Nein, Leute, nein, 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 nein. Bälle. Wer hatte die Bälle? Andere Seite. Schön. Schön, wir haben den Schlüssel. Das ist schon mal gut. Wir müssen dagegen laufen. Nein. Nein. Ja, gut. Ja, ich glaube, das war's dann. Ja. Achso, das heißt, wir müssen den Boden gar nicht freilegen. Nein, wir müssen nur bis zur Tür kommen, glaube ich. Oh, 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 oh. Ich will doch alles springen. Oh, was mache ich? Ich will nach vorne springen. Können wir mich einfach hier hinten drum, dass die Bälle wieder nach vorne kommen? Ja, ja, aber es geht nicht so einfach, wenn die immer nach hinten schießen. Ja. So, ja, ja, ja. Alter, die schießen einfach alles weg. Okay, komm, 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 komm. Nein, 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 wo gehen die denn hin? Äh. Okay, da ist es. Die sind alle da drüben. Okay, es ist einfach nur nach vorne. Wir müssen ein... Ich bin zurückgekommen. Hallo, Lina. Leute. Ging nicht. Nein, oh. Läscherchen hoch. Ja. Ja. Wir haben nur noch einen. Wir haben nur noch einen. Nein, die kommt zurück. Oh, nee, da kommt die da. Nee, wir haben noch ein paar. Die fliegen nicht auf den Ball. Ah, da ist schon fast der zu Ende. Oh Gott, oh Gott. Jawohl. Blau? Egal. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch einen. Oh nein. Aber einer reicht ja auch. Ah. Der darf nicht weggehen. Ja, aber der darf nicht. Oh, da kommt noch einer. Da ist, kommt noch einer. Achtung, Achtung. Let it in. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Leute. Oh nein. Ich glaube, das war's. Wenn wir zurückgehen, dann fliegen die auf den Boden. Okay, okay, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Nach vorne. Schlecht. Jan, oh Gott. Jawohl. Oh mein Gott. Alter, wir müssen einfach einen Turm machen. Hey, was ist das denn jetzt? Alter, Pfeffi. Hey. Lass einfach Turm machen. Ja. Lass einfach Turm machen. Traitor. Ham, was bringt ihr? Dann können die nicht an uns vorbeifliegen. Ja, lass mich nach unten. Scheiße. Wasser, ein Start. Oh, super. Die dürfen halt nur nicht nach unten fliegen, sonst haben wir ein Problem. Ich stelle mich auf Jan. Ich stelle einfach hier stehen. Elli macht das. Und irgendwann fliegen die Dinger nach unten, das ist nicht gut. Ja, wir müssen die halt vorher aufhalten. Ja, wie denn, wenn man jetzt nicht springen kann. Ich kann auch nicht springen. Ja gut, dann ist das vielleicht nicht so gute Idee. Okay. Okay, let's go, let's go. Go, let's go. Vorne, vorne. Jawohl. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Okay. Wir haben schon einen Schlüssel. Ah. Nein, scheiße. Da kommt einer. Ah. Oh nein. Ich bin drauf. Schön. Ist klar. Der muss nach unten. Der muss nach unten. Ah, da kommt noch einer. Jetzt können wir einen... Jetzt, glaube ich, jetzt können wir einen Turm bauen. Nein. Nein. Mano. Ja, wartet doch, bis die wiederkommen. Ja, wenn die wiederkommen. Ja, da kommen sie wieder. Gut gemacht. Dann sind doch Wohne und kaputt. Klingt ja nicht. Du musst da schon hinterher gehen. Warte mal, vielleicht sollen wir nicht alle die Bälle triggern, sondern nur einer. Ja, aber wenn die sich gegen... Ja, mach mal von vorne. Aber die triggern sich gegenseitig, glaube ich. Ja, mal ja. Klasse. Geil. Schöne, richtige Richtung. Höchst du in die andere Richtung? Okay, die triggern sich nicht. Okay. Ja, lass einfach. Dann warten wir jetzt, bis dieser Ball... Wir haben Zeit. Bis dieser eine Ball? Wir haben Zeit. Keine Arbeit noch. Einfach nur oben halten. Einfach nur oben halten. Schön. Ich kann nicht springen. Äh, wie ist es bei euch? Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ja, wir müssen das ja in die andere Richtung hauen. Oh. Oh Gott. Geil. Toll. Das ist eine lange Tower. Wir sehen uns dann nächste Woche. Oh nein. Oh nein. Hä? Was habt ihr denn jetzt gemacht? Spring hoch. Spring hoch. Geh mal weg. Geh nochmal weg da. Ja, ich... Hä? Wow. Alles klar. Zwei. Jawohl. Und der dritte. Alles klar. Okay. Let's go. Rainer. Genau. Lass bei dem einen noch da. Ich haue die wieder zu euch. Ja. Okay. Ja, schön. Das ist ein Kacklevel. Nein. Oh nein. Nein. Scheiße. Schade. Nein. Nein. Ah. Ach, Manno. Achtung, Achtung. Die behalten wir jetzt. Okay, die behalten wir jetzt. Oh, oh. Ja. Ja. Schnell, 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 schnell. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Hol ihn. Wir können es noch holen. Ja, okay. Richtig, richtig. Let's go. Let's go. Nein, was war das denn? Oh, Ball. Scheiße. So. Okay. Jetzt ganz entschwung. Das ist der letzte, ne? Wir müssen den da unten rein kriegen. Den da unten. Oh nein. Oh nein. Danke, Jan. Bitte. Hää. Bleib hier einfach still. Das war nicht so abrichtig. Ja. Oh. Hey. Aua Dieses Level Das ist so böse, dass es nachher einfach enger wird, daher zum Schluss Ja Nein Ich hab dich Komm her Achtung Ball Ja, ich muss den da von der Wand weg Ja Ach du, da kommt noch Rebellen sterben Jawohl, schön Ah, der Ball, ey Wir haben ihn Hä, was war das? Okay, wir konzentrieren uns auf den Ball Ah, das war nicht gut Ganz links ist noch einer Kommt noch hier Ey, das ist so hart Rein jetzt, da Nein, wir ziehen das jetzt durch Hier wird nicht aufgegeben Wo sind wir denn hier? Wir haben ihn Okay Komm, kommen wir die aber so transportieren Ja, das wäre doch viel besser Silver Games, willkommen Lass mal den Einklemmen zwischen den Köpfen Können wir den nicht einfach fragen? Ich glaube nicht Oh, ihr habt einen Turm So, also haben wir schon mal weg Äh, schön War gar nicht so schlecht Schön Ja, sehr gut Links sind noch mal Achso Kommt doch her Ja, wir können halt nicht ewig nach hinten gehen Und das war's, oder? Ja, das war's Ne, warte mal, da muss noch irgendwo einer kommen Da kommt noch einer Hoffnung stimmt zuletzt Oh nein Oh, der hoch Hoch, hoch Hoch, hoch Neiiiin Neiiiiiiiin Ach, nein Ach, nein Oh, ich bin aufjahen Oh, ich bin schon wieder aufjahen Let's go Ich bin abjahen Schön Schnell, 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 schnell Jetzt schnell Oh, oh Oh Gott Oh Gott, jetzt muss der da, der muss jetzt da rein Oh nein Geil Darunter 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 Wie soll man den runter arbeiten? Easy Ja Wir haben's Gar kein Problem Nein, der muss ein Gebrei Nein Ja, wir sterben nicht Doch, doch, doch Alter, das ist ja mega böse Oh Mann Oh, warum hab ich das denn? Fang Wir fangen alle Bettes Ich will mir jetzt die Milchschnitte holen Ne, du passt auf den Chat auf Was machst du denn? Ja, der Chat ist gerade aus, dass ich Ich hab den mal im Griff Oh Ich hab's ja alles Hey, das war, ist der letzte? Ne, der kommt noch da hinten Da kommt noch ein paar Oh nein Komm zurück Na geil Check Fall Na, ist er Oh Gott Ah, nein Ah Ah Der war nicht gut gerade eben Nein, nein, nein Wenn er von links nach rechts Ah Oh Ah Ah Ich hab ihn Wir haben ihn Ja, ich konnte nicht Okay, okay Nein, nein, nein Da kommt einer Oh, Scheiße Nein, was ist denn das jetzt? Los, mach die Tür ab Tür, Tür, Tür Tür, Tür, Tür Geht doch in die Tür rein Geht doch in die Tür rein Hey Leute, bitte, 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 bitte Jaaaa Jaaaa Scheiße Scheiße Der Ball hat einfach eine halbe Stunde gebraucht, bis er hinten angekommen ist, ey Dankeschön Silver Games für 15 Monate im Rieser, willkommen zurück, ey, Dankeschön Echt schwierig Letztes Level, komm Ja Puh Was ist das denn jetzt? Oh nooo Hä, was soll denn? Oh nein Oh nein Oh nein Wir müssen einen Weg Ja Aha Wir müssen eine Momelbahn bauen, Leute Hä? Muss ich hüpfen? Da darf halt nicht runterfallen Ja, hilft mal Ja, okay Ja, dann müssen wir uns so aufstellen, dass wir nie Ja, dann los, dann teilt euch auf Ah, okay Splittert euch, nicht hinterherlaufen, Leute Nee, warte mal, ich springe Ja Wir müssen ihn drüberhauen, genau So, dass es passt, immer springen Hä? Hat grad ge... Nee, ich glaub wir müssen, wir müssen alle springen Er müsste springen, damit er wieder Schwung bekommt Es ist grad nichts passiert, aber... Aber scheiße, okay Der triggert manchmal nicht Ja Schön Ja, stimmt, bei mir auch nicht Nee, ihr hüpft einfach zu spät, deswegen Das ist ja bald schon zu weit runter Nee, der triggert manchmal nicht Ja Doch, der drückt euch dann wieder runter, weil ihr dann zu spät hüpft Ach so Ja, okay, das war nicht gut Ah Oh, fuck Believe, believe, oh Okay Ja, ja Ja Wir müssen es so hinkriegen, dass wir einmal springen Ja Nicht wieder umstellen, Leute Wir müssen es so hinkriegen, dass wir immer die richtigen Abstände haben Dass wir nur aufs Springen uns konzentrieren müssen Okay, gelb muss lieber Der Abstand zieht für kurz Oh, miss Deswegen Ihr vorne bewegt euch bitte nicht mehr jetzt Genau, da geht jetzt Topsy hin Da geht Topsy hin Oh, fuck Topsy muss noch ein Stück weiter nach links Ja So, Chat, da bin ich wieder Jetzt klasse ich wieder auf euch auf Schön da ist Ihr dürft euch nicht bewegen vorne, weil sonst jetzt haben wir die Abstände Nee Schön Schön Ja Nein Passt Oh Oh, scheiße Es ist ein Progress Ein Stückchen weiter nach vorne Topsy hin nach vorne Genau Ja Norm fort Ja Ja, doch, sehr gut Nee, du kannst dann auch nicht stehen bleiben, Max Wenn Topsy richtig Boost bekommt Ja Ja, ein Stück Ja, ein kleines bisschen noch drauf Nee, noch ein Stück Gott Wir schaffen's Nein Oh, man Oh, Daniel Entschuldigung Wer hat's auf jetzt? Hört man das? Ja Nein Nö Entschuldigung Ich pack gerade nur eben schnell mein Nesquik aus Dann, äh, geht's weiter Macht auch noch Werbung Oh Ah Ich mag das Geräusch voll, wenn's hüpft Warum denn kein Snikers? Ich nicht Snikers, Alter Oh, nee, noch nicht Jawohl Noch nicht Ja Ja Jawohl Oh Gott, was Schön, Leute, das war der Wahnsinn Äh Äh Ich will noch mal Äh Nein, ich will nicht noch mal, bitte Wir haben das, wir haben die scheiß Welt hinter uns gebracht Sehr gut, Leute Klasse Profis Profis Drei müssen wir noch welten, ne? Drei Stück Wir haben jetzt die Hälfte Schön, Chat, schön, wie ihr mitmacht Ich glaub, ja, Chat ist dabei Wollen die sich unsere Kompetenzen Ja, natürlich Hä, wo sind wir denn jetzt? Äh, was sagst du, warum? Warte mal, alles gut Äh? Alles gut, hier, so Ruhig, bleib doch mal ruhig hier, Leute entspannt euch doch mal, Alter Können wir kurz ne Pipi-Pause machen? Ja, bitte, ich muss auch Pipi-Pause Chat, Pipi-Pause Okay Wir können spielen Ja, let's go, Abfahrt, rein da, Chat, es geht weiter Hey, let's go Okay, Konzentration Was ist das? Boah! Äh? Wir müssen uns immer abwechseln Let's go Let's go Ja, ich bin's nicht Ihr habt die gleichen Farben Oh, hier wird wieder durchgewischt, Leute Einmal kurz Füße hoch Pst Alles klar? Nein Pst 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 Ja, okay, okay Okay, noch einen Jawohl, sehr gut Jawohl Klasse Pst 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 Oh, bent echt Ja, noch als die Zeit vergeht Warte, du bist so alt, ja, wir sind alle alt Wir sind gemeinsam alt, ja Pst Hä, du kleiner Drecksack! Alter! Danke. Achso, nur wenn beide sterben ist das scheiße oder was? Nee, ok, da unten ist das scheiße. Du bist Curry. Oh Gott, ich bin drin. Hier dürfen die auch nicht rein. Was müssen wir denn jetzt machen? Das Ding steht so an. Einer geht auf das Mikloch und der andere auf das erste und dritte. Ja. Ok, nimm das obere einfach. Ja, genau, einfach um drauf und weg. Nein! Wuss doch, dann spring! Schnell ab! Können wir einen kurzen Turm bauen und der obere... Nee, der andere kann dann springen. Oh! Ey, Jan, Alter, komm Junge, wir sind ein Dream Team, Alter. Wie, Moment, der ist schon wieder reingeplumpst! Du bist doch gerade erst da! Ich schieb den nach vorne! Achso. Du kannst notfalls auch einfach mit Tastatur spielen, das ist auch nicht so schwer. Auf geht's. Achso, ich spring jetzt? Ok, hopp. Warte, halt dich fest, Jan, es ist soweit. Und Abfahrt. Hä, warum muss ich hier denn draufstehen? Weil der sind zweckgekehrt. Achso, jetzt verstehe ich es auch. Ok, alles klar. Ja, witzig. Nein, ich will da nicht, ich hab's nicht verstanden. Viel Spaß! Warte, ich will, nein, ich will vorangehen! Ok. 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 Es folgt eine Geschichte von Gabonito. Ok. 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 Es muss nur einer hier drüben landen. Ja, aber wie soll das reden? Ich weiß es nicht. Geh nochmal auf den Knopf. Oder wir tanzen. Ne, da kannst du nichts. Spring mal nochmal drauf. Neflis übereinander stellen. Geh nochmal übereinander. Und runter. Hallo Rebel Monster. Ja genau. Guten Abend. Oh Gott. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Aber okay, probier's mal. Einer läuft jetzt runter. Also unten läuft runter. Okay, spring mal. Ich kann nicht. Ey, lauf mal runter. Ja, dann warte. Lauf mal einfach runter. Einfach runterlaufen. Dann springt MEC gleich hoch. Solange hier gefangen. Oh, schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt bleibt doch mal stehen da drinnen. Mary Lee, Dankeschön für 14 Monate. Wie gefangen. Hast du etwa nicht nach dem Schlüssel bei dem Moskau gefragt? Das ist aber irgendwie dein Verschulden, ne? Ich hab da nix mit zu tun. Dankeschön trotzdem für 14 Monate. Du kannst aber durch die Tür wieder gehen, wenn du möchtest. Schön, bleib da. Ja, das war gut. Oh, oh, oh fuck. Nein. Ja, fast. Warte. Ich weiß nicht worauf, aber ich laufe los. Okay. Oh. Oh. Ja. Hm. Was machen wir denn jetzt? Oh. Schade. Ihr müsst schon springen. Ja, ich spring doch. Nein. Spam einfach Leertaste gleich. Es ist immer zu spät. Ja, mach. Du musst laufen. Oh. 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 Yes. Oh. Jan, Achtung. Oh. Sehr gut. Das war ne schwere Geburt. Ja. Ja, das war auch schwer. Mann. Äh, 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 äh. Ich glaube ihr müsst beide da drauf und dann müsst ihr die gleiche Sache wieder machen, dass ihr gleich nen Turm macht. Ihr müsst auf den Block drauf. Wie geht denn? Ja, ich kann nicht springen, wenn jemand drauf ist. Hä? Was ist das denn? Ja, ihr müsst beide springen. Ja. Ja, danke. Oh Gott. Was zum Teufel? Vielleicht muss einer links stehen bleiben und dann hoch springen und dann quasi als Block. Oh, das kann viel auch sein. Aber, hä? Das ist ultra schwer. Oh. Das ist ja ultra schwer. Wir brauchen irgendeinen Plan. Ihr müsst auf jeden Fall euch gegenseitig boosten. Also anders geht's nicht. Ja. Spring mal, Gabe. Sollen wir zuerst auf den links oder auf den rechts probieren? Wir kommen nur auf den links, glaube ich. Ihr müsst dann von links auf rechts drüber mit dem gleichen Dings. Ja, das ist so cool. Warte mal, wenn ihr euch aufeinander stellt, dann springt gleich... Ja, ihr müsst, ihr müsst halt aufeinander drauf. Dann springt gleich nur der obere. Geht da eh nur. Aber erst, wenn ihr aufeinander steht. Genau, warte, jetzt springt mal der obere. Ja, passiert nicht noch. Muss halt immer wieder springen. Ja, passiert nicht noch. Ja, 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 ja. Genau, let's go. Und jetzt muss der zweite. Jetzt muss, genau. Jetzt muss nochmal geboostet werden. Okay. Oh, hallo. Geht auch an einen. Ja, ihr kommt ja nicht rüber. Ja, ja. Ihr müsst euch wieder so boosten mit dem, mit dem, mit dem Trampolin. Das reicht, glaube ich, nicht. Probiert so. Oder versuch mal, versuch mal so weit wie möglich an den Rand. Versuch mal so weit wie möglich an den Rand. Nicht runter. Steh mal auf mich drauf und dann springen wir das Trampolin zusammen. Machst du eigentlich laufen? Nein. Nee, ihr müsst, entweder springt direkt rüber oder einer bleibt hier unten. Es muss doch nur einer raus. Ja, stimmt. Das ist genauso wie gerade. Ihr müsst euch wieder hoch boosten, Leute. Genau, jetzt. Nein, 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 du musst gar nicht, du musst eigentlich gar nicht da drauf. Bleib du mal da drauf. Genau. Du musst gleich gucken. Jetzt kannst du den Kopf benutzen als Trampolin. Jawoll, let's go. Oh. Profis. Profis. Oha, was ist denn das jetzt? Oh nein. Scheiße. Ich geh mal weiter. Ja. Welches Symbol war das? Äh. Dreieck. Ach du Scheiße, aber Memory. Hä? Wir müssen das selber Symbol-Dings nehmen. Okay. Ich mach immer den Pfeil eigentlich. Okay. Hä? Hä? Das sind die ganze Zeit. Das war Minus. Was heißt den Namen? Das was da ist, oder wie? Hä? Ich check's nicht. Nee, ihr müsst das gleiche Symbol. Wenn das Symbol erscheint, dann das aufdrücken. Genau. Bei dem Pfeil. Du musst den Pfeil. Genau. Jetzt. Nein. Sorry. Es wird auch einfach immer komplett zurückgesetzt. Das ist so krass. Das ist viel zu hart, finde ich. Das ist ein bisschen zu hart. Einfach ein bisschen beobachten. Wie die Reihenfolge ist. Schön. Schön. Das reicht aber noch nicht, ne? Einmal noch. Oh mein Gott. Ja, reicht doch. Reicht doch jetzt, oder? Geht das? Ich weiß es nicht. JAAAAAAA Bis zum nächsten Mal.